Josh, Gegenwart, vor dem Standesamt. Fuck, fuck, fuck. Ich kann jetzt nicht da reingehen. Das würde Mia mir nie verzeihen. Alleine die Tatsache, dass sie heute einen anderen heiratet, zeigt, dass ich ein Idiot bin und ihr nichts verloren habe. Aber Ben? Ich meine, sie heiratet Ben. Ich bin mir nicht mal sicher, ob der auf Frauen steht. Der ist nicht der Richtige für sie. Und das weiß sie auch. Ich bin der Richtige für sie. Bin es immer gewesen. Das habe ich nur selbst viel zu lange nicht kapiert. Und jetzt steht sie da drin und sagt Ja zu einem anderen Mann. Ich werfe einen Blick auf mein Handy. Zwölf Minuten bis zur Trauung. Noch könnte ich mit ihr reden. Aber was soll ich sagen? Dass ich ein Arsch war, der sich jahrelang selbst was vorgemacht hat? Wir haben uns seit zehn Jahren nicht gesehen. Zehn Jahre, in denen ich dachte, ich hätte sie vergessen. Zehn Jahre, in denen ich mich auf meine Karriere konzentriert habe. Zehn Jahre, in denen mein Herz ein Eisblock war, der erst mit dem Anruf meiner Mutter vor ein paar Wochen Risse bekam. Weißt du, wer noch heiratet? Diese Frage nervte. Bei jedem Anruf erzählte sie mir, wer heiratete oder ein Kind bekam. Ein stummer Vorwurf an mich, weil ich nie ein Mädchen mit nach Hause brachte. Wer? Fragte ich also bemüht, nicht allzu genervt zu klingen. Mia Kauer! ließ sie die Bombe platzen. Wie ein Sack Mehl fiel ich auf mein Bett und konnte nichts sagen. Es war, als hätte die Welt aufgehört, sich zu drehen. Flashbacks an Tage voller Übermut und Nächte voller Leidenschaft überfielen mich. An Tage am Rhein und auf der Farm meines Onkels. An Nächte mit Whisky, Joints und Liebe. An Wochen, in denen mein Herz übergelaufen war vor Gefühlen. Und immer wieder ihr herzförmiges Gesicht. Josh, hörst du mir noch zu? Ja, ich räusperte mich und hoffte, dass sie mir mein Gefühlschaos nicht anmerkte. Wen heiratet sie denn? Ben Niemeyer. Das war zu viel. Meine Welt ging unter. Lange waren wir ein Dreigestirn gewesen und beste Freunde. Josh, Mia und Ben. Und jetzt heirateten die beiden. Mir drehte sich der Magen um und ich krächzte. Du hattest gar nicht erzählt, dass die beiden zusammen sind. Ihr habt ja praktisch keinen Kontakt mehr, seit du weggegangen bist. Ich wusste doch nicht, dass dich das so brennend interessiert. Ja, fuck. Das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich konnte nicht mehr klar denken. Die Nachricht hatte mich aus der Bahn geworfen. Tut es auch nicht. Richte ihr alles Gute von mir aus. Wann ist es denn soweit? Ich war froh, dass sie mich nicht sehen konnte. Eine Hand in die Bettdecke gekrallt, der Rücken stocksteif, saß ich da und wartete auf ihre Antwort. In drei Wochen. Sie heiraten am 20. November. Das versetzte mir einen weiteren Schlag in die Magengegend. An dem Tag hatte ich es versaut. Und sie würde auf den Tag genau zehn Jahre später Ben heiraten. Weil mir klar war, dass ich etwas sagen musste, fragte ich Und sonst so? Irgendwer schwanger? Keine Ahnung, was sie mir danach noch alles erzählt hat. Ich weiß nur noch, dass ich die Jungs zusammengetrommelt habe und wir eine Tour durch die Bars auf St. Pauli gemacht haben. Am nächsten Morgen bin ich in einem fremden Bett aufgewacht und habe mich heimlich rausgeschlichen. Sowas hatte ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Ein Blick auf die Frau im Bett hat mich erst recht in Panik verfallen lassen. Brünett? Mit halblangen Haaren, Herzgesicht und Kurven. Genau wie Mia. Fuck. Und heute stehe ich vor dem Standesamt und habe ernsthaft vor, ihr die Hochzeit auszureden. Aber warum bewege ich mich da nicht? Warum stehe ich hier wie festgefroren und starre die Tür an? In diesem Moment schwingt sie auf und Mia rennt in mich hinein. Noch schöner, als ich sie in Erinnerung habe. In einem weißen Kleid, mit einem Brautstrauß in der Hand und offensichtlich schwanger. Vielleicht hätte ich meiner Mutter doch besser zuhören sollen. Entschuldigung, murmelt Mia und will schon weitergehen, doch ich halte ihren Arm fest. Mia? Sie hebt den Blick. Ihre Augen weiten sich. Josh? Ich nicke und die Tränen in ihren Augen verschaffen mir einen unerwarteten Flashback. Ich habe sie schon einmal am Arm festgehalten, um sie am Gehen zu hindern. Damals hat es nicht funktioniert. Ich lasse sie so abrupt los, als hätte ich mich verbrannt. Unsere Blicke treffen sich und ich verstehe nicht, was passiert. Ich habe immer damit gerechnet, Hass und Verachtung in ihrem Blick zu finden, wenn wir uns wieder treffen. Doch das ist es nicht, was ich sehe. Überraschung weicht sehr schnell Verwirrung und darunter liegt etwas anderes. Etwas, was ich nie zu hoffen gewagt hätte. Sehnsucht. Im nächsten Moment ist sie auch schon wieder weg. Sie läuft in Richtung Fußgängerampel, die genau in dem Moment auf grün springt. Meine Entscheidung fällt im Bruchteil einer Sekunde. Ich setze ihr nach. Sie biegt in Richtung Hauptbahnhof ab. Als sie den großen Platz erreicht, wendet sie sich nach rechts und bleibt nach wenigen Metern schwer atmend stehen. Das Standesamt ist von hier aus nicht mehr zu sehen. Sie legt eine Hand auf ihren Bauch und beugt sich leicht nach vorne. Ich tue es ihr gleich und versuche, ihr in die Augen zu schauen. Mia, alles gut bei dir? Sie hebt den Kopf und ihr Blick zerreißt mir das Herz. Dann passiert das Unfassbare. Sie wirft sich in meine Arme und beginnt hemmungslos zu weinen. Mia, zehn Jahre. 18 Jahre früher. Ein Umzug mit Folgen. Schlecht gelaunt klettere ich aus dem großen Umzugswagen und sehe mich nicht einmal um. Warum auch? Ist eh alles doof. Wenn es nach mir ginge, wären wir ganz bestimmt nicht umgezogen. Ist ja nur einen Ort weiter, Schätzchen, haben meine Eltern gesagt. Ja, für sie ist es nur einen Ort weiter. Für mich ist es ewig weit weg. Ich weiß ganz genau, dass Mama mich nicht immer fahren wird, wenn ich will. Auch wenn sie das gesagt hat. Erwachsene sind so. Sie sagen, ich würde neue Freunde finden. Aber ich will keine neuen Freunde. Meine sind total in Ordnung. Klar, meine beste Freundin Sarah kommt auch in meine neue Klasse am Gymnasium. Aber es ist nicht mehr dasselbe. Normalerweise haben wir jeden Nachmittag damit verbracht, zusammen durch die Straßen oder die Felder hinter unserem Wohnblock zu ziehen. Jetzt werden wir uns nur noch in der Schule sehen. Oder dann, wenn ihre oder meine Mutter bereit ist, uns zu fahren. Oder wir müssen den Bus nehmen. Das ist doch alles Hundekacke. Na mir, freust du dich auf dein neues großes Zimmer? Mein Vater streicht mir übers Haar und schreit leicht darauf Befehle zu seinen Freunden, die beim Umzug helfen. Nein, nicht die Kisten. Zuerst die Möbel. Meine Eltern interessiert nicht wirklich, wie es mir geht. Denn natürlich hat mich keiner gefragt, was ich will. Mich hat man vor vollendete Tatsachen gestellt. Und jetzt bin ich hier. In diesem neuen Ort. In dieser neuen Straße. In der alles doof ist. Wenn ich mir die Häuser so anschaue, sieht es nicht so aus, als ob hier andere Kinder wohnen. Gerade als ich hinter dem Lkw hervortrete, kommt ein Junge auf einem Fahrrad entlang gesaust und fährt mich fast über den Haufen. Ich kann im letzten Moment zurückspringen. Tut mir leid, hab dich nicht gesehen, ruft er, während er eine Vollbremsung hinlegt. Dann schiebt er das Rad zu mir zurück und mustert mich von oben bis unten. Ziehst du hier ein? Ich nicke und starre zurück. Er ist ein wenig größer als ich. Dünn. Mit dunklen Locken und einem blassen Gesicht. Er trägt Jeans und ein Star Wars T-Shirt. Grinsend zeige ich auf mein eigenes T-Shirt, auf dem Anakin Skywalker mit Rennbrille und Helm zu sehen ist. Freust du dich auch schon auf die Rache der Sith? Ja klar. Er strahlt übers ganze Gesicht. Du auch? Obwohl du ein Mädchen bist? Cool. Hast du ein Fahrrad? Ich wollte gerade zum Spielplatz und mich mit meinem besten Freund Ben treffen. Wenn du willst, kannst du mitkommen. Ich bin übrigens Josh. Wie ein Erwachsener hält er mir die Hand hin. Ich ergreife sie feierlich und sage Mia. Und ja, ich hab ein Fahrrad. Aber das ist noch irgendwo im Umzugswagen. Josh grinst übers ganze Gesicht. Ach, macht nix. Du kannst bei mir mitfahren. Ich nicke eifrig und rufe meinem Vater zu. Papa! Ich bin mit Josh auf dem Spielplatz. Dann wende ich mich wieder Josh zu. Kann losgehen. Moment, junge Dame. Dann wende ich mich wieder.